Und damit herzlich hallo, zurück zu God of War. Ja, wie jetzt wahrscheinlich schon einige festgestellt haben werden, hey, ich hab's endlich rausgefunden. Es gibt Fähigkeiten und so weiter, ne? Hab ich auch erst bei mir alle durchgelesen, aber im Prinzip, ähm, viel wird sich jetzt am Spiel nicht ändern. Ich werde halt wahrscheinlich irgendwas drücken und am Ende wird irgendwas bei rauskommen. Mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Das wäre zum Beispiel ne Kombo, die werde ich im Kampfgefecht aber niemals machen. Das vielleicht, naja, ab und zu mal, aus Versehen. Den Schildstoß, den find ich praktisch, aber ansonsten... Ach ja, was wir auch haben. Komm, komm mal her, Axt. Einfach gedrückt halten ist ne super Methode, um anzugreifen. Was haben wir noch? Ich hab, glaub ich, ja noch... Mal hier, aufladen. Aber gut, genug dessen. Ich laufe da mal voran, die ganze Zeit mit meiner Sense hier... Nein, das lassen wir mal. So, wir waren in Alftheim und ich wollte das Licht holen, damit ich den, den Gestank dieses komischen Berges wegbekomme. Wo ist denn der Bub schon wieder hin? Junge, Junge, Junge. Ernsthaft, wo ist der? War er beim letzten Mal auch schon so viel Nebel, oder ist der neu? Bub! Ach, da hinten. Gut, bleibe da hinten, weil er da hinten ist weniger gefährlich als hier vorne. Fact. Dann hopp mal auf und... Ach, er wird sowieso gleich wieder wegrennen. Also, Bub, lass es. Hä? Ja gut, komm, wieder runter hier. Schlaue Kommentare. Warte mal. Ich dachte gerade, ich hätte vielleicht was gehört. So in Richtung Hammerschlag und so. Ich bin rückwärts gegangen, auch gut. Scheiße. Wo sollen wir anfangen? Wo wir anfangen sollen, ja. Gute, gute, gute Frage. Zeig mal die Ausrüstung. Ja, hauptsache ich schleiche voran, nur um dann... Ah. Finde ich auch, was? Mach einfach. Nicht genug Ressourcen, um das zu verbessern. Scheiße. Dann halt nicht. Ja, jetzt machen wir hier nicht einen großen Heel draus. Ich will einfach nur mal ein bisschen... Was sagt denn die Brustrüstung? Habe ich da überhaupt eine ausgerüstet? Muss ich doch, oder? Habe ich hier überhaupt keine Brustrüstung ausgerüstet? Okay, was? Wie? Wo? Was? Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ja, what auch immer. Rüstung. Ah ja, hier oben. Gut, doch, ich habe sie, aber ich kann sie nicht verbessern, wie mir scheint. Ah. Gut, ich kann sie nicht verbessern. So viel dazu. Gut, wieder runter da. Wie konnte das denn passieren? Falls ich in die falsche Richtung laufe. Oder war ich wieder auf dem Rückweg? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte mich explizit dafür entschieden, hier lang zu gehen. Das würde auch erklären, warum der Bub einfach mal hinten war. Er war in Wahrheit vorne. Der Penner. Ah ja, genau. Ich erinnere mich an dieses Ding hier. Ja, jetzt kommt es zurück. Also, mal gucken. Das ist mal beeindruckend. Was können wir da Feindes mit anstellen? Ein bisschen Hickhack-Silber? Boop kommt zurück. Ich meine, wahrscheinlich wird mir das nichts bringen, aber ich will trotzdem mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Das ist doch ein eindeutig ein Pendel. Die Frage ist nur, wie kriege ich das da runter, das Ding? So oft mal nicht. Also weiter. Nicht da. Ruhig, Bub. Der Nebel ist etwas... ...beunruhigend. Schön, dass es da rauf geht, Bub, aber ich bin noch nicht überzeugt. Was hat denn sich jetzt aufgelöst? Weiß keiner, ne? Das hier. Dann zeig dir doch mal bitte ein Menü an, diesen Runen-Kriegs-Gürtel. Der sieht schon aus, als hätte er was drauf. Die Frage ist, wenn ich den verbessere, wie viel besser wird der? Nimm den mal. Wir merken uns den geheimen Hüftschutz. Wir können gerade sowieso nichts verbessern. Scheiße. Ah. He, he. Leerer Zauberplatz. Kann ich den mit irgendwas besetzen? Ja, kann ich. Dann nehme ich mal... Nehme ich Glück oder das Symbol der Schatten? Was macht er das nochmal? Glück plus 5. Okay, Symbol der Wahrheit. Stärker und Runenkraft plus 3. Und jetzt hier die Schatten... Neh. Neh. Segen der Lichtalben? Stärker und Runenkraft plus. Ja, ich weiß nicht. Ich hab gerade irgendwie Bock, mal ein bisschen in Glück zu investieren. Vielleicht krieg ich dann mehr XP. Man weiß ja nie. Gut, jetzt wo ich das rausgefunden habe, kann ich noch irgendwas ausrüsten? Nein? Okay, schade. Genau. Verpiester. So, mal wieder weg mit dem Action. Würdest du mir jetzt sagen, ich müsste die Kante da raufklettern? Warum ist denn die dann überhaupt da? Oh, jetzt geht's ans Eingemachte. Aber nicht ohne mich hier vorher umzusehen. Ja, was denn? Weil sie bescheuert sind. Mal gucken, komm ich hier irgendwo anders rauf? Weiß nicht, sieht aus, als würde er sterben. Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Hallo. Hallo. Hey, hol da. Dunkele Alp, pass auf! Dunkel Alp, pass auf! Ja, das sagst du so einfach von der Lage. Das ist mein Rechtskumpel. Alter, Falter! Endlich! Soll wieder jemand das Licht anmachen? Ich seh grad nix mehr. Das Blöde ist nur, meine Energie ist grad ein bisschen im Arsch. Weg, 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 weg! Ah, her damit! Okay. Los, halt dich in dem Zaum, den Penner! Was jetzt? Das Licht ist nahe. Such einen Weg hinein. Huh. Viel zu knapp. So, ich könnte jetzt versuchen, meine Energie aufzuladen, indem ich den Rage-Mode aktiviere, aber... Ist glaub ich auch nicht so das Wahre. Was hab ich hier eigentlich an? Passiven Effekt. Der mir eigentlich scheißegal ist. Nehm ich doch wieder den hier, der ist doch... Der macht das, was ich will. So, dann mal glüpschen. Wie war das beim letzten Mal? Da oben ist ein so'n Ding. Und dem nichts drin war. Klammern Mist. Ja, genau. So, kommt jetzt wieder so'n Vieh. Es kommt kein Vieh, okay. Trau ich dem? Nee. Das heißt im Prinzip nur das Vieh, was kommt, wird etwas später kommen. Ah, nach sowas hab ich gesucht. Nach irgendwas, was mir schneller Energie gibt, als dieses Rumgestehe. Nach irgendwas, was mir schneller Energie gibt, als dieses Rumgestehe. Ja. Ja.